Da unten fließt die Ilse, logischerweise im Ilsetal. Wir sind auf dem Abstieg von der Kieferklippe. In den letzten Tagen, besonders in der letzten Nacht, war Sturm Andrea ganz schön am wüten und hat hier Mikado gespielt. So, ich weiß nicht, ob ich mich hier drehe, auf der Stelle. So, da ist die Kieferklippe. Sicherlich gut zu erkennen. Und ich schwenke jetzt zur Rhone-Klippe, die dort oben oder eventuell noch 200 Meter weiter hin ist. Auf dem Weg dann zur Spitze-Klippe mit linker Hand Blick zum Brocken.